Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, beim wahrscheinlich wichtigsten Spiel meines Kanals, das da heißt... Nothing. Ja, es heißt Nothing. Wir fangen jetzt aber an und kriegen gleich unsere Anweisung, press any key to start doing nothing. Dann würde ich allerdings was tun. Ich bin jetzt schon in einer Zickmühle, mal gucken, was dabei rauskommt. You have been doing nothing for. Und jetzt läuft der Countdown. Ich bleibe tapfer. Ich tue nichts. Für inzwischen 15 Sekunden. 20 Sekunden. Die Spannung lässt sich kaum aushalten. Bald haben wir sie, die 30 Sekunden. Ja. Ob wir die Minute voll bekommen, ich bin mir unsicher. Kommen wir aber zunächst zu den 38 Sekunden. Bemerkenswerter Zwischenstand, die 38. Jetzt schon mit 6 Sekunden überschritten. Und wir nähern uns den strammen 51 Sekunden. Die Minute rückt in greifbare Nähe. Sie ist fast erzwungen, errungen, geschafft. Tada! Eine volle Minute, nichts getan. Und die Sekunden ticken weiter aufwärts. Bald haben wir eine Sechstel Minute erreicht, und zwar jetzt. Sieben Sechstel Minuten, nichts getan. Bald sind es acht Sechstel. Können wir auf vier Drittel Minuten kürzen? Ja. Wir lernen hier noch Mathematik, Auffrischung, Brüche kürzen. Jawohl. Aber wozu denn? Wir haben jetzt schon eineinhalb Minuten erreicht, sprich 90 Sekunden. Wie ist es langweilig? Eine Minute, 43 Sekunden. Eine Minute, 50 Sekunden. 53. Kriege ich die zweite Minute voll? Ja. Ich glaube, ich tue jetzt mal was. Ah! Okay. Witzigerweise, das war übrigens nicht das Geräusch, sondern mein anderer Download ist fertig. You did something. You lost. You did nothing for two minutes, two seconds. Ich bin dankbar für dieses Spiel. Und mehr gibt es hier auch nicht. Okay. Das war's damit. Oh, das ist so catchy. Alles klar. Fangen wir jetzt aber mit dem eigentlichen Spiel an. Das da heißt, The Lights Went Out. Von dem Entwickler 616 Games hatte hier schon mal ein Spiel als Walkthrough. Auch relativ kurz, auch relativ irritierend. Mir hat's irgendwie ganz gut gefallen. Wo guckt hat's eigentlich kaum einer? Mir doch egal. Ich lass es auf dem Kanal. Oder hab ich's gelöscht? Keine Ahnung. Nein. Ähm, 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 ich hoffe nicht. Das sind Spiele, die verdienen, der Nachwelt erhalten zu bleiben. Die haben dann doch einen ganz eigenen Style. Weil, augenscheinlich erstmal so im Retro-Bereich angelehnt, so frühe PS1-Ära. Grafisch mag das auch zutreffen. Ähm, die verpackten das nicht aber einfach der Nostalgie wegen darin, sondern die nutzen diesen etwas surrealen Charakter für ihre verstörenden Geschichten. Ich weiß es gar nicht so recht in Worte zu kleiden. Es fügt sich aber nahezu ladlos in das seltsame Konzept dieser Entwickler ein. Ich bin gespannt, ob das auch auf dieses Spiel zutrifft. Auf den Screenshots war zumindest teilweise auch ein etwas höheres grafisches Niveau zu erkennen. Mal sehen, was jetzt tatsächlich zutrifft und wie es sein wird. Starten wir durch. Los geht's. Mein Name ist Ull Idel. Es ist nicht easy zu erzählen, die Geschichte zu erzählen. Ich warte nights an der Gas Station. Every day, ich habe die gleiche Route mit meinem Auto. Aber das Nacht, ich habe das was Hell. Und das ist wie die Lichts ausgelöst. Okay, das ist also Oliver. Es fällt ihm schwer, seine Geschichte zu erzählen. Er war wohl jeden Tag auf dem Weg zur Tankstelle. Vielleicht sein Arbeitsplatz. Und irgendwann lernte er, was die Hölle ist. I stopped on the road to take a piss. I was already late for work. I needed to keep driving. Okay, er hat kurz angehalten, um Pipi zu machen. Und ist schon spät dran. Will schnell weiter zur Arbeit. Okay, das Auto kann er sich auch in die Hose-Tasche stecken und laufen. Spatter Sprit. Das ist schlecht. Oliver, wir haben ein Problem. Ah, es geht. Working at night is not easy. It seemed like it was always tired. Okay, es fällt ihm nicht schwer. Er fühlt sich eigentlich ständig müde. Habe ich gesagt nicht schwer? Schwer. Schwer. Ich wollte sagen schwer, falls ich es nicht gesagt habe. I should have taken my car to the mechanic. I had been shown effects for a long time. Also, sein Auto braucht eigentlich dringend eine Reparatur. Aber der hat sich wahrscheinlich kaputt gelacht, als er das sah. Und manche gehen sich damit zum Spielzeugwarenhandel und lassen sich ein neues geben. Und er hat es nicht eilig, Probleme zu lösen. Er lebt lieber seine Routine. Okay, er wusste nicht, was zu tun ist. Ich weiß, die Straße ist lang und unwirtlich. Tja. Das würde ich jetzt irgendwann die Seite rollen. In der Hoffnung, es sieht keiner. Was sehr wahrscheinlich ist. Okay, am Auto selber ist nichts mehr zu wollen. Würde ich sagen, gehen wir mal in die Richtung. Da wollte er ja auch hin. Wird es aber ganz schön dunkel. Erinnert sich, dass auf dem Weg ein Haus ist? Ich gehe ein paar Schritte und alles wird gut. Es weitet sich der Brustkorb. Es zirkuliert das Blut. Ausverliegen ist Strange Sensation. Something didn't seem right. Irgendwas kommt ihm seltsam vor. Es gibt andere schöne Dinge. Telefonieren auf leeren Magen. Lacht mal täglich grundlos. Verschiedene Jacken tragen. Aber nichts geht übers Gehen. Oh, das ist aus. Oder? Ich kann auch mein Auto flackern sehen. Ich hätte vielleicht mal ausmachen sollen, oder? Jetzt sorgt es ja die Batterie komplett leer. Ja, das scheint mir doch das Haus zu sein, ja. Ach, ich kann ja sprinten. Gut, er sieht das Haus und möchte Hilfe suchen. Es sah wie ein normales Haus aus, aber er sieht niemanden darin. Kann man aushalten, darin zu wohnen, nehme ich an. I knocked on the door, but no one answered. I decided to go around behind the house. Gut, also niemand öffnet ihm. Er entschließt sich auf der Rückseite des Hauses, den Glück zu versuchen. Also wenn nicht jemand ist, dürfte ihm oder ihr das dann doch seltsam vorkommen. Aber Oliver ist da schmerzfrei, so wie es aussieht. There was an open door. I decided to go in. I really needed help. Also er entscheidet sich, in das Haus zu gehen. Im Haus geht eine seltsame Energie aus und es riecht unangenehm. Das ist kein gutes Zeichen. Offene Tür, schlechter Geruch. Lass es den Müll oder die Pizza sein. Das Haus sieht verlassen aus und er sucht jetzt ein Telefon, um nach Hilfe rufen zu können. Aber hier brennen Kerzen. The smell was unbearable on the second floor. There seemed to be something rotten. The oben riecht zerfoult. Okay. Okay. I'll never forget that scene. Dismembered bodies. Lots of blood. I needed to run away from there. Oh, ich glaube nicht zu übersetzen, ne? Ihr seht's ja auch. Okay. Ich würde auch sagen, der kurz wegzulaufen war Susimi. Susimi. So, er rannte runter, aber jemand hat da dort schon auf ihn gewartet. He wore black clothes and a sinister mask, so I ran back upstairs again. Schwarze Kleidung und eine seltsame Maske. Ähm, er rannte wieder hoch. Gut, er konnte nicht klar denken, war verängstigt, hat sich in einem Schrank versteckt. Er war starr vor Angst und konnte durch einen Spalt auf die Schrankes gucken. Er hat das in einem Schrankes gucken. Ich hoffe, es arbeitet еще falsch. Von knapp zu наверはは. Dass man nicht mehr schnell ständig hält r depreciation. Wir haben REALLY. Wir sind in einem Schrank, aber sch contempt. Entschied sich wieder aus dem Schrank zu kommen und beschloss, so schnell wie möglich von dort wegzukommen. Durch die Hintertür, oder? Wo war die? Da. The garage door was closed. I was trapped inside the house. Ok, wir sind hier gefangen. Der Geldstau öffnet. Other thought about was running away. Welche Richtung? I ran towards my car. I was scared to death. I felt like someone was watching me. Also er entschloss sich zurück zum Auto zu laufen, hatte Todesangst und hatte das Gefühl, jemand beobachtet ihn. Aber warum mit dem Auto? Das fährt doch nicht. For some reason he left me alive, but my life changed forever. So, und ein Grund hat ihn am Leben gelassen, aber sein Leben hat sich für immer verändert. As he cut my face, he said, I'm giving meaning to your life. Als ihm ins Gesicht schnitt, sagte er, ich gebe deinem Leben Sinn. I loved seeing the landscapes. I loved seeing the sunlight reflecting on the plants. Now I live in the dark, always hiding in the shadows, but I can't give myself up. Er mochte die Natur, die Landschaft, die Sonne, aber jetzt versteckt er sich nur noch in der Dunkelheit, aber will ich aufgeben. So, I said to myself. So, I said to myself. So, I said to myself. Also, sag dich zu mir. The light went out. Ok. 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 Schade, ich mochte das Lied. Das ist definitiv die Stärke dieses Spiels, oder? Ja, die Vertonung, die ist der Wahnsinn. Auch dieser Kontrast schafft wieder so eine bizarre Atmosphäre, finde ich, zwischen dieser unwirklich wirkenden Welt, da sie ja so detailarm ist und so grob. Ja, aber die musikalische Untermahnung ist ganz stark. Ja, das sind interessante Entwickler. Sollte ich mir mal öfter was von denen gönnen. Ja, hänge ich da noch was ran? Ja. Ich habe mich entschieden, noch eins ranzuhängen. Okay, werde ich tun. Habe ich schon. Helle Batch. Okay. Und ich habe, ähm... Ja, ich habe jetzt... Finster, okay. Alles klar. Das wird eine andere Gangart, wie es scheint. Ja. Ähm, ich habe bei dem Entwickler mal auf die Page geschaut. Die haben ja viel gemacht. Auch sehr unterschiedliches Zeug. Und ich kenne mehr, als ich dachte. Evil The Dead haben die zum Beispiel entwickelt. Das sehr lustige Evil Dead-Game-bezeugung in Spielzeit. Hat viel Spaß gemacht. Oder auch, dass ich kürzlich erst, ähm, hier gespielt hatte. Zumindest den ersten Teil. Das wird ja noch erweitert. Ja. Und hier haben wir Cycle. Auch eher grafisch retroorientiert. Relativ kurz wie scheint. An P.T. angelehnt. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Und es fehlt. Ja. Bin ich. Sieht man's? Ja. Da dreht sich das Cycle. Wie passend. Ähnlich wie bei Vidas Games, habe ich auch den Eindruck, dass es... Ein Entwickler oder sind Entwickler, die meinen das schon ernst, was die hier machen. Also ernst mit Hinblick auf den persönlichen Anspruch, ein gutes Spiel zu machen. Bleiben aber, denke ich so, ganz bewusst auch diesem Underdog verschrieben. Diesen Underground-Style. Die wollen, glaube ich, gar nicht groß sein, sondern dieses schmutzige Bewahren. Diese kreative Freiheit sich bewahren. Dinge tun, die sie für richtig halten. Ja. Mal sehen. Auch hier merkt man, das ist mit Sicherheit ein grafisches Downgrade. Da liegt ein Filter drauf. Das ist eigentlich detaillierter. Ich habe P.T. übrigens nie gespielt, muss ich dazu sagen. Ich höre leider nicht zu denen, die eine PS4 mit der Demo drauf hatten. Damit könnte ich jetzt richtig Asche machen. Ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein Stimmchen. Ein röcheltes Stimmchen. Appetit hat ja im Grunde so dieses Psycho-Horror-Genre im Alleingang mehr oder weniger begründet scheint mir. Wir müssen vielleicht auch mal Mirage machen. Das habe ich auch noch nie gespielt. So, jetzt könnte ich es aber schon wieder lauter vor euch machen. So. Hier war es für ein dunkler, oder? Los, kann ich rein. Dann gehe ich wieder. Oh, was war das? Ich kann auch hier nicht mehr rein. Hm. Das ist, glaube ich, ähnlich wie mit Platon, der im Grunde, wo man sagt, die ganze Philosophie besteht aus Fußnoten zu Platon. Das ganze Psycho-Horror-Genre besteht aus Fußnoten zu P.T. möglicherweise. Haben ja auch Emica-Games für sich perfektioniert, den Style, finde ich. Okay, aber was soll ich tun? Leute. Kann ich eigentlich irgendwas? Ich schaue mal in die Settings. Controls. Zoom. Read Notes. Das habe ich noch nicht probiert. Also so kann ich zoomen, alles klar. Achso. Read Notes wahrscheinlich nur, wenn ich auch welche habe. Okay. Hier habe ich das Telefon, das ich im anderen Spiel gebraucht hätte. Das war das. Wieder ändern sich die Lichtverhältnisse irgendwie, oder? Täusche ich mich. Wer hat hier die Kerze hingestellt? Ich bleib. Okay. Ich bleib. Okay. Okay. Was war das? Komme ich jetzt hier? Warum sind hier überall Fliegen? Das ist ja widerlich. Jetzt bin ich in einer Schleife gefangen. Oh, hier ist mehr Viehzeug als vorher, oder? Oh. Hallo. Es geht auf. Ich weiß nicht, ob mir das noch gefällt, jetzt wo es geht. Was steht da? Ich, Dr. Marc Pekel, declare the patient, John Rubrik, able to resume their normal life, following the treatment, treatment, and weekly follow-up. The patient was diagnosed two years ago with dual personality, one of them being aggressive and violent. After treatment with torazine and zarentil, the patient showed improvements in her self-control. Therefore I declare that the patient mentioned above is able to return to his home. Also der werte Dr. Marc Pekel attestiert John Rubrik, dass er wieder in sein normales Leben zurückkehren kann, vorausgesetzt die Behandlung wird fortgesetzt und er stellt sich wöchentlich wieder vor. Vor zwei Jahren wurde eine gespaltene Persönlichkeit bei ihm diagnostiziert und eine davon war aggressiv und brutal. Unter torazine und zarentil hat der Patient Fortschritte bei seiner Selbstkontrolle gezeigt und wird nun wieder nach Hause entlassen. Wir werden bald erfahren, ob das eine gute Idee war. Wobei auch multiple Persönlichkeit von Schizophrenie unbedingt zu unterscheiden ist. Da wird ja das Wort Schizophrenie oft falsch benutzt. Da steht doch wieder jemand. Das ist mir gerade zu dunkel, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eine Lichtquelle bei mir. Das ist ja gut. Aber die geht nicht. Ah, jetzt geht's. Okay. Achso. Das ist nur ein Tisch. Es ist nur ein unidentifizierbares Wesen. Ganz ehrlich, wenn wir Rubik sind, würde ich uns nicht attestieren, dass es uns gut geht. Da liegt eine Waffe. Und da ist Blut. Aber ich lebe noch. Was bedeutet das jetzt? Hier, Pillen. Nimm deine Pillen. Junge, nimm deine Pillen. Das haben wir hier. Ich bin so glücklich. Mia ist glücklich. Mia ist sehr glücklich. Sie hat einen positiven Schwangerschaftstest nach so vielen Jahren des Versuchens. Uns hat es John noch nicht erzählt. Sie will ihn überraschen und hat ein bisschen Angst vor seiner Reaktion. Denn obwohl er Fortschritte macht, hat er immer noch ein paar Rückfälle. Können wir, glaube ich, an dieser Stelle schon bestätigen. Und jetzt ist hier auch Blut. Aber es ist schön draußen. Geh raus, John. Tut dir gut. Aber hier war auch schon ein Kinderbett. Das scheint es schon zu wissen. Sie wird es ja wohl ihm erklärt haben müssen, dass da ein Kinderbett steht. Aber warum liegt dann da noch der Brief? Egal, wir lassen uns doch nicht die gute Laune füllen. Es ist unfassbar, die Welt, in der wir leben leben, Menschen, die es nicht wertvoll sind. Heute bringe ich terrible News. Ein Mann hatte eine psychotische Freude und hat seine Wälder zu sterben. Er hat den Fötus aus dem Kopf und hat ihn in den Krib. Sie war drei Monate begrenzt. Der Mann hat von einer verletzten Persönlichkeit und hat ein paar Monate vor dem Psychiatrisch-Hospital gelassen wurde. Wie schlecht kann ein Mensch sein? Also hier wird gerade über einen Mann berichtet, der vor einigen Monaten erst entlassen wurde. die wir leben in. Menschen, die wir nicht wertvoll sind. Heute bringe ich terrible News. Ein Mann hatte einen psychotischen Freude und hat seinen Wälder zu sterben. Und er hat seine Frau erstochen und den Fötus aus ihrem Leib geschnitten, der drei Monate alt war. Der Mann hat von einer verletzten Persönlichkeit und hat mich in Ruhe Ich ahne, was sich hier abgespielt hat. Es ist unfassbar, der Welt wir leben in. Menschen, die nicht wertvoll sind. Heute bringe ich terrible News. Ein Mann hatte einen psychotischen Freude und hat seine Familie zu sterben. Ich war das bestimmt nicht. Das sind Nachrichten von einer anderen Familie. Hoffe ich. Na gut, ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht stimmt. Gut, John, wir müssen reden. Hast du das gemacht oder nicht? Nein, 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 nein. Gefällt mir nicht. Kann ich nicht einfach gehen aus diesem Leben in ein anderes, netteres? Ist wieder alles zu. Der quietscht so, ne? Tür geht auf. Finde ich das gut oder eher nicht? Ein Badezimmer. Alles gut. Käfer. Das kommt vor. Wir wohnen in der Natur. Ich gehe dann mal wieder in meinen Raum und setze mich. Geht nicht. Dann gehe ich eben wieder in meinen Korridor und rüttel an Türen. Einfach nur so. Das ist in Ordnung so. Geht das irgendwie auf? Ne. Gut, ich wollte sowieso nicht raus. Alles gut. Das darf so sein. Das ist okay so. Ja, gut. Ich wollte nur sicher gehen. Wo waren nochmal meine Pillen? Ach ja, in dem Raum, der zu ist. Dann gehe ich jetzt hier rein und mache zu. Macht's gut. Ich bleib jetzt hier. Auch wenn's gerade ein bisschen eklig ist. Zugegeben. Vielleicht gucke ich doch nochmal ins Bad. Ich habe ja vielleicht was übersehen. Ich werde ja noch ein bisschen Pipi machen oder so. Was war das? Kommt das doch von dort? Nee, ich kann da gar nicht rein. Nicht, dass ich's wollte, aber gut zu wissen. Ich weiß gern Dinge. Hi. Ja. Das müsste die Haustür offen sein. Ich wäre einfach nur weg. Ich höre Schnittgeräusche. Nach den Nachrichten ist das nichts, was ich hören möchte. Irgendwas schweres wird über den Boden geschleift. Jemand lacht. Lachen ist gut. Lachen ist frohsinn. Lachen ist gut für die Seele. Okay, es ist zwei Wochen her, als er aus der Klinik kam. Sie sind glücklich mit Alisons Ankunft. Ist Arrival Empfängnis oder ist sie jetzt draußen? Weil nach drei Monaten, dann war es vielleicht nicht. Und sie ist manchmal besorgt, weil John Ausbrüche hat und dann schließt sie sich im Badezimmer ein, damit Alice und sie darin sicher sind. Ja, das wünscht man sich so in der Familie, dass man sich mit seinem Kind einschließen muss, weil der Vaterarmag läuft. Telefon. Das war vorne im Flur, ne? Ich komme ja schon. Hallo. Ein obszöner Ruf. Ich habe hier gerade keine gute Zeit. Vielleicht mal das Gesicht kalt abwaschen? Geht nicht. Baden geht nicht. Hat er ein Loch im Schädel? Sind das Käfer oder Löcher? Das sind Käfer, aber darf ich mir... Doch, das ist ein Käfer. Ja, der war nur auf dem Kopf. Alles gut. Oh, hier steht was. I'm at the window. Ich bin böd genug nachzuschauen, nehme ich an. Habe ich noch irgendwo Fenster? Hier habe ich noch. Das ist ja nicht wirklich Fenster. Diese Wohnung hat auffällig wenig Fenster. Dann wurde ich wohl nur verschaukelt. Ich muss da mal schneiden. Ich muss da mal schneiden. ausgelöst. Das war das erste Mal. Das war vielleicht besser so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Meer voller Blut. Und die Tür geht nicht aus. Hat das geklopft? Hat das geklopft? Oh. Okay. 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 Geh' ich vielleicht raus? Bitte. Okay. 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 Oh John. Was hast du angerichtet? Und welcher Teil von dir war's? Siehst du, alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Okay, das kennen wir. Ich bin gesund. Das Bett ist in Ordnung. Das Baby lädt ganz bestimmt. Meine Partnerin ist nur einkaufen gegangen. Holt noch mehr Bananen. Man kann nie genug Bananen im Haus haben. Die sind gesund. Zumindest, wenn man nicht zu viele davon isst. Dann passiert das. Den kennen wir auch. Sieht so aus, als ziehen wir gerade Bilanz. Und das ist keine gute John. Du solltest einfach hier drin verschimmeln. Das wäre wahrscheinlich das Beste für alle. Ich halte das. Oh, 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 oh. 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 It's unfortunate, the world we live in, people who don't value life. Today I'll bring terrible news. A man had a psychotic break and stabbed his wife to death. He took the fetus out of her belly and put it in the crib. She was three months pregnant. The man suffered from split personality and had been released from the psychiatric hospital a few months ago. So, how bad can human be? So, that was his purgatorium. I love you, man. You're a Christian. I love you. Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, bei dem Entwickler werden wir ganz sicher mal wieder stöbern. Interessante Games bis hierhin. Ja, die drei, die ich kenne, die zwei, die ich jetzt gespielt habe und alle waren gut. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen, wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Untertitelung des ZDF, 2020